Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Beeinflusst die kosmische Energie unseren Finanzen heute am 10. August 2017. Es ist eine gute Nachricht zum Erwarten. Das kann schon die Finanzen verbessern. Dann ein Vertrag kann auch dafür sorgen, dass wir Gewinn machen oder Geldeinfluss haben. Es verbessert sich etwas in Finanzen. Eine rechtliche Lage, eine rechtliche Situation kann auch dafür sorgen, dass Geld kommt, besonders wenn es um Erbschaftsache handelt. Es ist wichtig, die Gleichgewicht, Verstand und Gefühl im Gleichgewicht halten. Das heißt Klarheit, Orientierung, einen Überblick haben über unsere Finanzen, auch über die Möglichkeiten, wo können wir investieren. Aber nicht nur das Verstand wichtig heute, und heute haben wir die Klarheit und auch sogar die Mut und die Kraft, etwas zu wagen, sondern heute kommt das Gefühl auch noch dazu. Und das muss ich betonen, weil das hat auch sein Wichtigkeit, auf die innere Stimme zu hören, dann auf die richtige Augenblick achten. Und das sagt unserem gesundes Bauchgefühl, also nicht nur der Verstand spielt heute eine Rolle, sondern auch das Gefühl zu haben, dann können wir ganz gut investieren und auch gewinnen. Also wir sollen auf jeden Fall auch das berücksichtigen, dass wir die Ruhe bewahren, das inneren Gleichgewicht, weil unsere Intuition hilft, auch dabei die Finanzen zu verbessern. Und die Klarheit haben wir sowieso. In der nächsten Zeit werden noch andere Einflüsse da sein, was unsere Finanzen beeinflusst. Und das ist Schönheit, Kosmetik, Mode, Inneneinrichtung, Luxusartikel. Entweder geben wir in der nächsten Zeit da mehr Geld aus, kann auch bedeuten, dass wir in diesem Bereich Gewinn machen. Und das war mein heutiger Finanzenergie. Wenn jemand Interesse hat, das Maß geschnitten, anfertigen lassen, dann kann man über mein Management-Büro das bestellen. Die Kontaktdaten befinden sich unten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.